Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unter dem Label der Technologieoffenheit will uns heute die FDP synthetische Kraftstoffe als die Lösung für den Pkw-Verkehr verkaufen. Aber wie so häufig kann man auch hier in diesem Punkt davon ausgehen, dass das Gegenteil von dem, was die FDP sagt, tatsächlich richtig ist. Ich will das in zwei Punkten deutlich machen. Erstens, das wurde hier schon erwähnt, synthetische Kraftstoffe werden am besten hergestellt, indem Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Dabei fällt eine sehr große Menge an Energie an. Dann gibt es aber noch einen zweiten Schritt. In dem zweiten Schritt wird mithilfe von CO2 dann der synthetische Kraftstoff hergestellt. Das bedeutet, wir haben hier einen unglaublich hohen Einsatz von Energie. Fast 90 Prozent der Energie, die eingesetzt wird, wird dabei verschwendet. Das heißt, sie geht überhaupt gar nicht in unseren Tank rein. Deswegen sagen wir ganz klar für den Pkw-Bereich am besten natürlich wäre der direkte Einsatz von Strom, etwa bei der Bahn oder bei Bussen, bei Straßenbahnen oder anderen Sachen, oder auf der anderen Seite E-Autos. Bei E-Autos haben wir immerhin einen Energieeinsatz von 73 Prozent. Das heißt, 73 Prozent der Energie, die man ins E-Auto packt, kommen dann schließlich auch an. Frau Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Schulze von der CDU-Fraktion? Ja. Schönen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie hatten gesagt, wenn man Wasser an Sauerstoff und Wasserstoff aufteilt, wird viel Energie frei. Das ist falsch. Das ist eine endotarme Reaktion, und ich benötige Energie, um Wasser zu trennen. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis und korrigieren es. Ich habe es doch eben gesagt. Man braucht einen Energieeinsatz, um Wasser aufzuspalten. So ist es. Erlauben Sie eine Wortmeldung des Kollegen von der FDP-Fraktion? Lieber Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Würden Sie mir zustimmen, dass wir weltweit 1,2 Milliarden Fahrzeuge haben, die im allergrößten Teil im Moment mit dem Verbrennungsmotor fahren? Wenn Sie wirklich für Klimaschutz, das haben Sie ja gerade gesagt, das glaube ich Ihnen auch, Klimaschutz eintreten und wirkliche Klimaneutralität weltweit hinbekommen wollen, wie wollen Sie diese 1,2 Milliarden Roundabout-Fahrzeuge betreiben, wenn nicht mit E-Fuels in Zukunft? Wir haben eine Situation, wo wir einen Ausbau an erneuerbaren Energien in der Bundesrepublik haben, wo eben Energie eine begrenzte Ressource ist, wenn wir sie eben erneuerbar haben wollen. Das bedeutet, wir haben keine Chance, dass wir tatsächlich erneuerbare Energien verschwenden. Mit aber so einem hohen Energieeinsatz, der notwendig ist, um synthetische Kraftstoffe herzustellen, haben wir eine Situation, dass eben die erneuerbaren Energien dann tatsächlich in die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen gehen werden. Das wäre ein Problem, denn wir brauchen sie viel, viel dringender in anderen Bereichen, beispielsweise zur Dekarbonisierung der Industrie, zur Ablösung der Kohlekraft, zur Ablösung der Atomkraft. Wir dürfen erneuerbare Energien nicht so verschwenden, dass wir damit fahrlässig umgehen. Das ist der zentrale Punkt, den ich hier ausgeführt habe. Das bedeutet, wenn wir erneuerbare Energien dann in synthetische Kraftstoffe einsetzen, wo 90 Prozent verloren gehen, haben wir eine Situation, wo tatsächlich Energie verschwendet wird. Angesichts der Notwendigkeit, den Klimawandel zu stoppen und sparsam mit unseren Ressourcen, mit unseren Lebensgrundlagen umzugehen, ist das für den Pkw-Bereich eben der falsche Weg. Ein zweiter Punkt. Die reinen Herstellungskosten von synthetischen Kraftstoffen liegen aktuell bei 4,50 Euro. Laut Prognosen werden sie bis 2030 vielleicht etwa auf 2 Euro sinken. Mit Steuern und Abgaben sind wir da bei einem Preis von etwa 6 Euro an der Tankstelle. 6 Euro pro Liter an der Tankstelle kann sich tatsächlich niemand mit kleinem und mittleren Einkommen leisten. Jemand, der mit dem Auto pendelt, jemand, der eine teure Miete hat oder die gerade dabei sind, ihr Eigenheim abzubezahlen. Für die sind 6 Euro pro Liter an der Tankstelle einfach unbezahlbar. Hier wird deutlich, die FDP bedient nur das Klientel, das tatsächlich so reich ist, dass ihr die Treibstoffkosten schlicht egal sein könnt. Wir als Linke sagen, Klimaschutz geht nur sozialgerecht. Und wenn die FDP und andere hier an dieser Stelle argumentieren, der Verbrennungsmotor ist eine großartige deutsche Ingenieursleistung, dann kann man ihnen selbstverständlich nur zustimmen. Aber eine großartige Ingenieursleistung war beispielsweise auch die Rechenmaschine von Konrad Zuse. Trotzdem wäre das heutzutage kein Argument, zu sagen, wir müssen unbedingt die Rechenmaschinen von Konrad Zuse nachbauen. Wir müssen mit unserer Energie effizient umgehen. Das heißt, wir dürfen synthetische Kraftstoffe nur da einsetzen, wo sie tatsächlich gebraucht werden, beispielsweise bei der Dekaminisierung des Flugverkehrs. Deswegen sagen wir, Klimaschutz geht nur sozial gerecht, nicht mit Verschwendung erneuerbarer Energien. Vielen Dank.